Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Tritt bitte, Herr Müller Christ, dann müssen Sie sich in der Hand einenfallen lassen damit Sie da mal wirklich einmal ein bisschen was rührt, nicht das auch uns eben dann gebracht, das kann es ja wirklich nicht geben. Ja, und ich stauch nicht mehr. Die Schalz auf Flüschluss! Die Schalz auf Flüschluss! Die Schalz auf Flüschluss! Musik Jawohl! Alles klar! Hervorragend! Sie kutschen! Sie leben kutschen! Alles klar, wer fest wird! Wunderbar! Sie haben es vorbei! Und die ganze Familie hinten dran! Die leiten auch natürlich und den starken Rechten! Jawohl, nun lächeln Sie! So ist es wichtig! Aber schwitzen müssen die anderen! Jawohl! Aber ihr seid die Geiste dabei! Ja, Helmut, haben Sie Ihre auf der Kürkutschen untergebracht! Mit den ganzen Fassen! Die werden aber nicht kommen, das sag ich euch gleich! Da habe ich aber noch mehrer Sound die ganze Zeit! Bis zum ersten! Ja, die Palästerschützen Einwohnerei! Hervorragend! Man darf nicht vergessen, die sind auch schon 173 Jahre alt! Jawohl! Schaut es aber noch frisch aus, das sag ich euch! Super! Jawohl, lächelst! Yay! Die Bürgerspielgruppen, der Theaterfeind! Wunderbar! Dahinter die Leder-Rekore! Die dürfen natürlich nicht wählen! Was einen Spaß gibt! Da ist dort der Leder-Rekore und dabei haben nichts! Das ist doch das alles! Ja, das ist doch der City! Ja, das ist doch der Stadtt! Jawohl! Jetzt die Festkutschen mit den ganzen Türen! Jawohl! Von der Stadt! Und die haben auch das Gtirm nur der Stadt an! Ja weiss, der Teufel, der eine ist jener für der andere und ich will einmal saun, was da herumstehen. Weiss, Halt von Platz und Freunden, ich sag's euch nicht, gell. Jawoll, schaut's hier, da kommen unsere, da rüben Gassenburger, bitte Schiffsleut, alle sind da, wunderbar. Ja, jetzt sind die wirklich noch frisch. Ja, liebe Leute, liebe Gassenburger, feiert es an, die haben einen neuen Weg vor sich. Feierwege, Feierwege, Torreit-Behring, für Wasserburg. Und alles ist da, weil es ist wirklich ein Spektagmanager, man glaubt es gar nicht, als der Kode greiz. Dahinter natürlich die Wasserwacht, und wenn man eine macht, dann kommt die zweite Wacht auch gleich mit dazu. Ja, haben wir den Weg gemacht. Jawoll! Okay, also dieser Herr Falle, bin ich nicht trainiert. Jetzt geht's rund. Jetzt gibt er! Der Pfirschtfeil, kommt's hoch! Jawoll! Ja, das ist ein Buch! Ja, das ist ein Buch! Klar, wenn wir den Präger, wir sind gerade. Ja, das ist ein Buch! Ja. Ja, das ist ein Buch! Musik 17 Jahre alt! Wir haben fest! So am 13. bis zum 14. Juli und wir sehen unsere Kanone, Tim, Dicke, hier da! Vor dem Training gerät! Hinter der Kanone durch drei Jahre die Jagdgenossen! Sauber mit dem Waldherr einmal auf eine Hand spielen, heute muss ich vor allem eine Minute gehen! Genau! Da war ich schön bei Fuß, so ist es recht, genau! Das ist ein Feiniger! So, jetzt! Der Schützengauer Außenberghof ist auch vertreten mit ihren Schützengau-Schützenmeister! Meisterinnen und Innenhof, das ist da im Hintergrund, alle haben es da! Wunderbar! Ja, am Freitag soll er sich auch dabei! Ja, wir können es sonst anders, das kann nicht sein! Und natürlich unten gerade eben der Schützenmeister schützen! Jawohl! Grüß mal, grüß dich! Wir haben nicht nur alles! Meister kommen ja auch die Schützen! Stau kommen! Jawohl! So, das ist echt anders! Mei, aber eigentlich die Feinigerin wird sich einmal abwechselnd, oder? Weil das sind schon ein paar Monate raus! Du bist zwar beieinander, aber das ist auch schon so viel aber trotzdem, ja! Der Wahnsinn! Der Wahnsinn! Der Wahnsinn! Der Wahnsinn! Der Wahnsinn! Ich bin ein Fultimer, aber wie soll es noch anders sein? Jawohl! Dieses EKW-Vorstück mit dem Winther drin, genau! Und was haben wir denn heute? Der Alpenfein! Jawohl! Ah, jetzt! Da hat sich einen umgestellt! Der Alpenfein! Zuerst! Vor dem Alpenfein! Der Alpenfein! Nun, wir wollen andere aufgaben, aber wir wollen nicht viel lieber! Ha, ha, ha! Hm! Wir wollen mal demonstrieren! Ich hatte ein Freitag in Grunschule! Freilich mit den Roten! Äh... Luf mal ums! Und die Garten haben auch da! Nein! Da boxt das! Ähm... Genau! Die Vorbereinefahrer freundlich! Die werden natürlich jetzt nicht so lustig, aber es geht vielleicht ziemlich hinter Brunhuberstrasse! Bergauf! Und da hier! Der Fanclub! Der Wasserburger Basketballer! Die Lerns! Nun, das Deutsche Meister-Rennen ist dabei! Die Brunhoffs ist dabei! Und die immer! Genau! Die sehen so oft Deutsche Meister, die gehen auch 1, 2 Minuten mit! Das ist kein Problem! Der FC Bayern! Ha, ha! Da fehlt noch Bruder Turm! Auch ein junger Verein! Jawohl! Die machen genauso! Was? Vor dem Stadtgarten? Jawohl! Da sind's da vorne! Die Stadtgarten und Oasler! Der KSV ist dabei! Von was aber gut von Eisenfinger und ich darf schon die Eisenfinger, die haben nächstes Jahr 50-jähriges Feiern 2016 und alle Gründen vor! In der Stadtgarten natürlich nicht die Fahnerschwinger! Die schwingen bis hinauf! Da haben sie den richtigen Schwung! Die Fußballer! Nein! Ja! Die sind auch da aufgestiegen! Ja weiß der Teufel! Endlich einmal wieder! Weiter um! Gut! Dann die Wasserburger Rosser! Wo sind's denn? Ja! Da sind's! Da marschieren's! Halt ohne Rosse! Aber das ist ja klar! Das fällt ja noch ein bisschen raus! Ist klar! Und jetzt können wir die Garten aus dem Bruder schützen! Schwingen! Abenteuer und Leid! Fröhnen! Die Farschwinge! Aber das war auch nicht gemeint und nicht! Bravo! Und jetzt die Ountimer! Feier! Ihr Ountimer! Vorher! Vorher war's doch wohl! Glunderbar ist eigentlich direkt dagegen! Schiene Autos! Schiene Autos! Leider aber, Gott sei Dank, nur im Einsatz, aber auch immer noch schön zuschauen wollen. Und jetzt die Alltimer-Freunde von Wasserburg-Neu-Wimpen, ein wunderschöner Strich 8. Das haben wir dann 2,80 Jahre. 2,20 Jahre ist eh ein wunderschönes Auto. Und ein Käfer, jawohl, ihr dürft mich fehlen. Aus der 2. Generation, nach dem Brezen. Ja, nach dem Brezen. Ein kleiner, verbuggelter T1. Nein, BMW ist ja klar, erstes auch nicht. Für 600er. Nenein Bulli, ja, so viel Alltimer. Da hat so eine 7-Anfahrung auch nicht. Ich fühl meine Augen auf dem 4,20er. Da oben geht die, da bist du nicht. Ah, so schön. Na ja, da haben wir meinen Stich auch. Uhh, da bin ich noch. Oh, es rechts gibt immer wieder. Das gibt nur 10 экранs und habe hier tolerate. Und nu ist nicht mehr NuBLi. Bevor die développement für alle Kumpel. 興空ische deletedohrigen Trans gaben. Astronatik alle Kamera Laughs. Oh, 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 oh. Schaut ihr seien hier so schön die Autos Jetzt holen wir wieder auf die Ente gleich nicht noch Das geht noch mal zu, wenn wir landen Aber das ist glaube ich schon wieder Danke, danke Ja gut Es hat die ganze Reibe hier auf der Halt Ein weiterer Halt Die Kran-Abergen-Werchen-Werb-Caption In der Kran-Abergen-Werb-Caption In der Kran-Abergen-Werb-Caption Ja, ich bin glänzend auf der Kran-Abergen-Werb-Caption In der Kran-Abergen-Werb-Caption Genau, wie die Kran-Abergen-Werb-Caption In der Kran-Abergen-Werb-Caption Das gibt noch seine Kran-Abergen-Werb-Caption Ja, eine Eiche Nicht durch die Kran-Abergen-Werb-Caption Reinigt sich die Eiche ein Wunderbar Und nun da! Das ist schon ein Wiener. Ein Wiener. Das ist los, das ist nicht so. Ich habe das Wiener noch ein Wiener, aber ich habe das Wiener, das ist ein Wiener. Ja, Freunde des Automobils, jetzt kommt noch ein Einleitung, ein Pogolobil, dass ich so was da hier liegen möchte. Ja, und so viel zu uns ist das Ding, aber ich habe ja noch über 70 Jahre, der zieht es. Und auch schon ein freier BMW, meine ich, dass es immer wieder rausgekommen ist, und jetzt ist es auch schon ein kleiner. Ja, Wahnsinn. Und auch wieder ein, inzwischen.